Hallo Wuppertal, hallo ihr Börsianer, wie das früher auch so hieß, in den 70er Jahren schon. Ich bin der Michael Kemmer von dem Fehlfarben Gründungsmitglied und wir spielen ja am 8.11. in der Börse zum 50-jährigen Jubiläum. Da freuen wir uns sehr drauf und ich kann mal kurz erzählen, was mich mit der Börse verbindet, was ich da erlebt habe. Also es war in den 70er Jahren, da war ich regelmäßig Stammgast, das war fast mein zweites Wohnzimmer in der Börse, hab da diverse Konzerte damals gesehen und hatte auch über den Frederic, das war ein Amerikaner, der damals die Börse geleitet hat, den hatte ich kennengelernt und da ich sehr oft da war, bekam ich auch die Möglichkeit, damals über Frederic einen kleinen Jugendclub da zu gründen, zu leiten, weil wir auch damals viele Jugendliche hatten, die auf der Straße waren und nicht so wussten wohin mit sich. Den habe ich dann so eine Art Jugendclub gegründet, Fußball gespielt und Disco-Veranstaltungen im Keller gemacht. Ja, das war so meine erste Zeit in der Börse und wie ich schon sagte, viele Bands habe ich damals gesehen. Da konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich da auch mal auftreten sollte und wie das dann so kam, ein paar Jahre später, haben sich die Fehlfarben gegründet und ja, mehr muss ich dazu jetzt gar nicht sagen. Jedenfalls freuen wir uns sehr, auf dem 50er Jubiläum spielen zu dürfen und ich hoffe, ihr habt alle viel Spaß und feiert mit uns! Hallo, ich bin der Kurt von den Fehlfarben. Ich war damals noch nicht Mitglied der Fehlfarben, aber ich war natürlich auch ein Besucher des, wie hieß es noch Michael, der Wackeltreff. Stimmt, der Wackeltreff war eine Institution in der Börse, wo man sich zum Tanzen traf und da habe ich sehr viele Bands auch aus England kennengelernt zu der Zeit. Und wir hatten damals einen Proberaum mit einer Band namens Materialschlacht in der Börse und haben dann auch mit einer anderen Band da geprobt, You, aus der später dann die deutsch-amerikanische Freundschaft hervorgegangen ist. Und sowohl Fehlfarben als auch die deutsch-amerikanische Freundschaft, als auch You, als auch der Plan, wo ich dann Mitglied wurde, die kam ja ursprünglich auch umgegründet in Wuppertal, haben wir Auftritte zu der Zeit in der Börse machen können und da erinnere ich mich gerne dran. Bis zum nächsten Mal.